Hallo und willkommen bei der Firma Graf von Hamburg. Heute geht es um das Problem mit der elektrischen Lenkradverriegelung. Das ist dieses Bauteil, was wir in der Lenksäule haben. Viele eurer Probleme können wir aus der Ferne lösen. Dafür schicken wir euch ein Kabel zu. Über das Kabel können wir mit eurem eigenen Laptop, mit Internet und Windows auf euer Fahrzeug zugreifen und viele verschiedene Sachen machen, wie Kodierung von gebrauchten Steuergäten, Komfortkodierung, Updates und auch eine Fehlersuche bzw. Diagnose. Dieses Problem ist leider sehr speziell und sehr kompliziert. Deswegen müsst ihr uns diese Steuergäten bzw. bestimmte Sachen zuschicken. Das Problem ist bei den BMWs, dass die Lenkradverriegelung besteht aus drei Komponenten. Wir haben einmal das Motorsteuergäten, einmal die Wegfahrsperre und einmal die Lenkradverriegelung. Das heißt, in diesen drei Steuergäten haben wir synchronisiert einen Zähler. Das heißt, jedes Fahrzeug mit einer Lenkradverriegelung wird früher oder später das Problem bekommen, dass irgendwann das Symbol kommt. Das Lenkrad verriegelt. Bei manchen Fahrzeugen fährt das Fahrzeug noch, bei manchen ist das sofort verriegelt. In dem Zuge tauscht BMW bestimmte Sachen aus. Im Endeffekt seid ihr zwischen 3.000 bis 3.500 Euro dabei, bis das Fahrzeug wieder läuft und ihr nur eine Garantie nur von einem Jahr habt. Nach einem Jahr könnte theoretisch das Problem wiederkommen. Warum ist das so? Wir haben hier eine Längsäule. Das heißt, BMW tauscht in der Regel als erstes die Längsäule. Dann sind ungefähr 1.000 Euro weg. Dann tauscht BMW, weil das nichts bringt. Wegfahrsperre mit zwei Schlüsseln. Seid ihr noch mal 1.000 Euro los und im Endeffekt landen wir bei dem Motorsteuergerät. Das heißt, je nach Motorsteuer sind wir zwischen 1.000 bis 1.500 Euro. Das heißt, ihr seid entsprechend bei 3.000 Euro. Dieses Problem kann man leider nicht anders lösen. Auch irgendwelche Emulatoren zwischen der Längsäule werden das Problem nicht beseitigen, weil es bringt nichts, die Längsäule irgendwie zu entfernen, denn das Problem ist in der Wegfahrsperre und in dem Motorsteuergerät. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Ihr müsst uns einmal das Motorsteuergerät schicken, die Wegfahrsperre und wenn die Längsäule verriegelt ist, dann auch entsprechend die Längsäule. Die ist relativ einfach auszubauen. Ihr habt hier zwei Schrauben und hier noch zwei Schrauben und hier noch eine Befestigung. Also es ist relativ unkompliziert und dann haben wir folgende Möglichkeiten. Entweder wir haben die Option, die Längsäule wie bei den neuen Modellen freizulegen. Das heißt, dass die Längsäule nicht mehr, dass die Längsäule nicht mehr sperrt. Das heißt, sie ist für immer frei. Wenn die für immer frei ist, dann kann das Problem nie wieder kommen, auch in fünf oder zehn oder 15 Jahren, weil die Längsäule ist wie bei den neuen Modellen nicht mehr vorhanden. Das heißt, die Längsäule funktioniert nicht mehr. Das ist eine Option, die ihr habt und dann habt ihr das Problem für immer beseitigt. Aber es gibt auch natürlich die Möglichkeit, wenn die Längsäule haben möchte, dann haben wir auch die Möglichkeit, diese in Stand zu setzen. Das heißt, die wird in Stand gesetzt, die Motorsteuge, die Wegfahrsperre und die Längsäule werden entsprechend überholt. Das heißt, wir kaufen neue Daten für das Motorsteuge, für die Wegfahrsperre, damit diese zurückgesetzt sind und passen die so an wie ab Werk. Nur ihr müsst verstehen, dieses Problem wird irgendwann wieder kommen. Wir geben euch genau wie bei BMW eine Garantie, nur irgendwann wird dieses Problem halt trotzdem kommen, weil der eingebaute Zähler ist trotzdem vorhanden und zählt entsprechend halt weiter. Daher ist es euch überlassen, welche Variante ihr haben möchtet, aber beide Optionen bieten wir entsprechend natürlich euch an. Wenn ihr an sowas Interesse habt, kontaktiert uns am besten per E-Mail oder ruft uns einfach an und dann werden wir für euch eine Lösung finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.